gude und herzlich willkommen zu einem weiteren last epoch video heute werden ordentlich videos rausgeballert denn der last epoch release steht kurz bevor und natürlich bevor es los geht will ich euch noch so viele infos über das game geben die ihr eben braucht um einen geilen start zu haben deswegen talken wir heute about monolith also das endgame system und sorry für das englisch ist hatte irgendwie gerade mal bock da drauf ja also eins der endgame systeme in last epoch ist ja das monolith system ja es ist so ein bisschen eine mischung aus mapping von poe und synthesis weil ihr ebenso ein bisschen eure eigenen styles damit reinsetzen könnt aber dazu kommen wir gleich ich will euch jetzt erst mal sagen so wie das am league start beziehungsweise am cycle start für euch aussehen wird ihr werdet relativ early ich glaube so mit circa level 20 oder so in end of time ankommen da werdet ihr dann eure mastery bekommen und könnt theoretisch dann schon direkt in dieses system rein ihr werdet dafür aber viel zu schwach sein denn die ersten monolithen sind level 55 selbst die pros brauchen level 27 28 circa um mit guten guten builds da reingehen zu können ihr werdet dann sehr wahrscheinlich einmal komplett durch die akte gehen oder auch bei lagunen skippen oder keine ahnung wenn ihr so ein medium skip machen wollt so wie ich werdet ihr so bei level 35 bis 40 ungefähr dann in end of time gehen und dann anfangen eure monolithen zu machen bevor ihr eben mit der kampagne durch seid insofern ihr genügend passive punkte und idle slots habt was ich aber dann im leveling video nochmal besprechen werde ja und dann fangt ihr hier an eure erste monolith ist dann fall of the outcast wir gehen erst mal so über die monolithen bevor wir über die echos sprechen fall of the outcast fangt ihr an da geht ihr dann durch macht euren content ja und besiegt dann am ende den boss und da müsst ihr dann aufpassen weil da bekommt ihr dann das erste blessing und die erste entscheidung wohin ihr da geht weil ihr seht es gibt hier zwei wege über die blessings kommen wir ganz zum schluss aber wir gehen jetzt erstmal das parthing durch ja und zwar ihr wollt auf jeden fall die rechte seite wählen zum einen ist die rechte seite höheres level bedeutet schnellerer progress in xp zum anderen ist die rechte seite was die blessings angeht besser für euren buff ja weil die rechte seite gibt euch character pass wie zum beispiel resistenzen armor shred chance to apply frostbite solche sachen die geben euch eben defense oder auch offens als ist wohingegen die linke seite des trees beziehungsweise der monolithen hier euch nur drop chances überwiegend geben wie zum beispiel halt mehr unique drop chances mehr gloss drop chances oder mehr shard drop chances die später zum fahren gut sind aber die ihr early einfach nicht braucht weil ihr braucht early erstmal resistenzen stats damage und vor allem experience wo wir zum ersten punkt kommen der relativ relevant sein kann wenn ihr für ein level 100 push geht oder für ein race oder wirklich schnell schnell leveln wollt ja dann solltet ihr den ersten monolith vielleicht sogar noch mal laufen wenn ihr nicht den experience blessing bekommen habt der erste monolith kann euch ein experience blessing geben wenn ihr den als erler erstes zur auswahl habt dann nehmt den wenn nicht überlegt euch ob ihr noch mal laufen wollt ja ihr könnten auch im notfall später dann in empowered noch mal laufen aber für racing beziehungsweise sehr sehr schnell xp zu bekommen würde es sich vielleicht lohnen es noch mal zu laufen müsst nicht nur vielleicht ja und dann lauft ihr eben hier die rechte seite entlang ihr seht hier ich bin auch sehr sehr schlecht gepaart da wären bessere entscheidungsmöglichkeiten gewesen also ihr wollt auf jeden fall hier rechts lang rechts lang rechts lang und wenn ihr dann hier seid bei reign of dragons und reign of dragons completed habt kommt ihr dann hier in den mittelpunkt und da seid ihr dann kurz vor ziel sag ich jetzt mal denn ihr müsst diese drei monolithen hier oben also spirits of fire the last ruin und the age of winter diese drei müsst ihr kompleten und abschließen und dann hier hin wieder zurück in die mitte und dann schaltet ihr empowered monolithen frei was ist aber jetzt der unterschied zwischen normalen empowered ganz einfach ihr seht zum einen das level auf den ganzen monolithen also einmal 58 und einmal 100 jeder monolith ist level 100 im empowered status ja das heißt ihr könnt dann alle monolithen auf level 100 laufen geben euch deutlich mehr loot xp und die möglichkeit eben target farming zu betreiben dazu kommen wir dann aber gleich und das könnt ihr dann eben machen wenn ihr eben empowered habt plus es bietet euch dann die option oder schaltet euch die option frei target farming zu machen was meine ich mit target farming ich zeige euch das ganz kurz mal wir porten uns mal nach age of winter und wenn ihr dann hier anfangt dann seht ihr ihr habt die möglichkeit normal mit area level 90 zu laufen ja das seht ihr dann auch wirklich beschrieben was genau jetzt da auf der area eben anders ist und dann habt ihr hier bei legendary eben ihr habt schon ein minimum corruption ihr habt kein maximum an corruption und ihr habt noch mal deutlich mehr was item rarity experience und 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 angeht plus dann kommen wir jetzt zu dem target farm punkt jeder echo hat sein oder jeder monolith hat seinen eigenen target farm sektion wo ihr eben bestimmte sachen target fahren könnt ja oder sagen wir mal nicht target fahren könnt sondern die chance erhöhen könnten gewisse sache zu fahren hier jetzt in age of winter ist es zum beispiel uniques oder set ringe und amulette das ganze könnt ihr euch dann angucken auf last epoch tools und könnt dann hier ganz einfach über monolith of fate euch angucken wo es was zu fahren gibt ja ihr seht hier vorne seht ihr immer schön auf welchem monolith beziehungsweise in welchem bereich was es zu tun gibt ihr habt hier unique oder set also ist immer unique oder set aber ich sage jetzt mal der einfachheit selber nur uniques bogen und quiver dann habt ihr hier wand catalyst mit staffs scepter und 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 natürlich ist es ein bisschen einfacher die solo sachen zu fahren wie jetzt zum beispiel hier relics boots oder auch body armor weil bei den anderen ist natürlich die chance dass eins von beiden spawnt auch noch mal ein teil geringer diese chancen könnt ihr natürlich aber ein ein bisschen boosten sagen wir mal ihr wollt einen squirrel beast master spielen ja also squirrel dieser helm der eure wölfe in eichhörnchen umwandelt und der super super cute ist und dann müsst ihr natürlich black sun fahren dazu wollt ihr aber auch hingehen und wollt natürlich eben die chancen für helme allgemein noch mal erhöhen ja weil dieser dieser exclusive echo reward ist ja nur für die einzelnen echoes ich zeige euch das mal kurz in game wenn wir jetzt hier auf einen monolith gehen und den jetzt auswählen und dann mal hier kurz drüber schauen ich hoffe dass ich jetzt hier gerade ein parat habe ja hier habe ich ein und zwar age of winter hat ja sehen wir ja hier einmal set unique ringe und amulette das bedeutet dass ihr hier als echo reward eben set unique ring eben bekommt ja oder amulette und das ist der einzige ich sag mal der einzige größere grund vom target farm ja aber trotzdem könnt ihr ja währenddessen ihr eben diese notes farmt nochmal eure chancen allgemein eben so wir nehmen noch mal als beispiel den helm wir wollen scroll farm in black sun ja wenn wir uns jetzt hier black sun dann angucken dann sehen wir also wenn wir auf black sun dann draufklicken sehen wir halt noch mal die die einzelnen stats und so weiter auch die modifier auch die items die der boss trocken kann weil wenn wir das fahren dann fahren wir ja auch den boss sprich wenn ihr dann hier irgendwie einen boss habt wo ihr ein unique fahren müsst könnt ihr das auch nachschauen und dann haben wir hier die exclusive echo rewards wo dann eben dabei steht was dabei alles trocken kann auch mit der rarity common uncommon rare und very rare und das sehen wir in den rare ist eben unser herald of the scurry also der der helm den wir dann eben suchen für die squirrels ja und ist rare okay das wird dann ein bisschen länger dauern aber wie gesagt das ganze können wir nochmal boosten und zwar indem wir sowohl in dem ersten monolith fall of the outcast dann hingehen und uns den unique job blessing nehmen lasst mich kurz schauen wo er ist hier da können wir einmal den unique drop blessing quasi benutzen der uns nochmal eine 22 prozent erhöhte chance gibt dass unique items trocken ja das heißt es ist auch schon mal nochmal ordentlicher boost allgemein in jedes uni generell das ganze dann nochmal kombiniert das mehr da haben wir sogar das mehr helme tropen wird natürlich auch dann auf die uniques zählen und wir haben dann insgesamt nochmal eine 50 prozent von 22 prozent sollte dann elf prozent mehr unique helme ungefähr sein so pi mal daumen ja jetzt nicht richtig mathematik aber so ein bisschen eben und wenn ihr die beiden dann eben kombiniert zusätzlich dann noch eben mit dass ihr die den richtigen monolith läuft und dort dann halt immer die entry boards von euch der von den helmen euch abholt da könnt ihr dann quasi dieses target farming machen es gibt keinen weg genau den einen helm zu farmen außer es wären boss drop nur dann könnt ihr ja wie gesagt hier bei den boss items gucken hey ist das ein boss drop oder nicht aber das habe ich euch ja auch schon mal in einem der alten videos gezeigt so das war's jetzt erstmal zu target farming kommen wir jetzt zu dem punkt wie ihr denn dahin kommt zum target farming ja wir haben ja schon so ein bisschen über empowered monolithen gesprochen jetzt aber wie funktionieren die empowered monolithen und was wollt ihr dabei beachten wenn ihr mit den monolithen anfangt dann fangt ihr auf jedem monolith immer also auf empowered monolithen fangt ihr immer mit 100 corruption an und ihr wollt dann eure corruption so schnell wie möglich hochbekommen das hat mehrere gründe grund nummer eins ist dass ihr wenn ihr den boss besiegt eine höhere also ein zusätzliches blessing eben bekommt ihr werdet das gemerkt haben wenn ihr euren monolith das erste mal macht habt ihr nur drei auswahlmöglichkeiten wenn ihr in empowered monolithen seid habt ihr dann vier auswahlmöglichkeiten und wenn ihr dann eine corruption von mindestens 200 erreicht habt habt ihr dann fünf auswahlmöglichkeiten das heißt ihr macht ihr könnt einfach schneller eure blessings farben die ihr dann eben braucht beziehungsweise auch die blessings besser upgraden weil blessings haben ja einen roll habe ich euch auch schon mal erzählt und das seht ihr hier außen an diesem kreis ja und da seht ihr jetzt hier zum beispiel ihr kann könnt ihr mir jetzt den set halt eben angucken ganz normal mit item description das rollt 3,5 3,1 bis 5 prozent und da wollt ihr dann halt bei gewissen sachen gerade jetzt hier bei throwing damage lead von hammer den ist sehr sehr wichtig wollt ihr das halt so lange fahren bis ihr dann eine ordentliche rolle habt das bedeutet ihr wollt halt gucken dass sie so schnell wie möglich auf 200 corruption kommt wie macht ihr das ganz einfach ihr geht in die empowered monolithen rein und dann habt ihr irgendwo einen anfangspunkt der anfangspunkt ist da und dann entscheidet ihr euch eben wo ihr dann hingeht ja also meistens ist halt entweder der erste oder der zweite punkt so eine richtung wo ihr dann hingeht und dann wollt ihr von dem monolithen aus immer gleichmäßig in eine richtung gehen warum wenn wir uns jetzt hier angucken die note nach dem ersten monolith gibt mir seht ihr auf der rechten unteren seite gibt mir 25 timeline stability bis zu 52 extra stability ja also das heißt wir merken uns mal die 25 die erstes das sind meist die wichtigen die zweiten dann ein bisschen unrelevant ja das heißt wir bekommen hier 25 wenn wir die laufen um hier oben unsere stability bar voll zu machen wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter hier weg gehe und gehe mal nach da oben da sehen wir da sind es schon 28 ja das bedeutet je weiter ich vom start weg gehe desto höher ist die stability die ich bekomme und desto schneller füllt sich da oben die bar aber warum will ich die bar da oben füllen zum einen placings fahren zum anderen den boss fahren für boss uniques möglicherweise zum dritten gaze of the orobis jedes mal wenn ich einen boss töte bekomme ich hier einen stack gaze of orobis ihr könnt euch das ganze auch durchlesen aber ich erkläre es euch kurz dieser gaze besagt einfach nur dass wenn ich dann eine corruption echo laufe die ich jetzt leider nicht hier drauf hat müssen wir kurz in ein anderes gebiet gehen wenn ich eine corruption echo laufe ja also diesen den 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 boss mit der corruption dann bekomme ich zusätzlich pro gaze den ich habe zusätzlich eben ähm corruption oben drauf ihr seht jetzt hier ich habe 134 corruption ich habe ein gaze of the orobis wenn ich jetzt hier über eine corruption drüber gehe über eine corruption node sehe ich ich bekomme plus 5 corruption plus 5 bonus corruption und plus 9 corruption für jeden stack gaze den ich habe ja würde bedeuten ich würde insgesamt 19 bekommen ja wenn wir mal gucken wo unser start ist unser start ist hier ja also in einer relativ guten straight line ähm da eben weggegangen ne und ihr seht der hier ist jetzt ein bisschen näher als der da also theoretisch so um eine note näher und der gibt nur 4 4 und 9 der hier gibt 5 5 und 9 ja ihr seht auch die timeline stability von 104 auf 112 was bedeutet einfach ihr wollt immer gucken dass ihr das ganze so weit wie möglich nach hinten zieht um dann eben eure corruption zu erhöhen soweit es geht bedenkt dabei jedes mal wenn ihr so eine corruption im web eben lauft wird sich das ganze fällt resetten also ihr seid dann wieder nur am anfang und habt nur am anfang hier diese diesen cycle eben diese note und müsst dann wieder von dort von null anfangen und das war es dann auch schon was eigentlich die monolithen angeht wie ihr progress wie ihr target fahren könnt ganz ganz wichtig hierbei benutzt last epoch tools um zu gucken wo ihr welche blessings bekommen könnt welche blessings es überhaupt gibt ne schaut auf euren guide falls ihr nach einem guide spielt ansonsten schaut eben auf der seite da findet ihr alle möglichen infos die wichtig sind die ihr eben dafür braucht um euer perfektes setup zu setzen ihr wollt am anfang wollte eben gucken dass eure blessings erstmal stark genug sind oder wenigstens sinnvoll sind ja ihr wollt keine sinnlosen blessings darin haben und dazu ja wie gesagt geht erstmal über die rechte seite hoch dann könnt ihr hingehen und könnt auf empowered einmal eure ganzen freischalten wenn ihr wollt um dann eben eure blessings alle zu aktivieren und dann je nachdem was ihr eben für pläne habt für uniques guckt dass ihr mehrere sachen in einem run eben machen könnt sprich wenn ihr einen boss unique habt was ihr fahren müsst und auch noch da eine increased drop rate chance zufälligerweise ist für helme und ihr da auch noch ein gutes blessing braucht dann hättet ihr drei sachen kombiniert und wollt dann dort natürlich als allererstes anfangen dort zu pushen ansonsten guckt dass ihr halt hingeht und auf jeden monolith beziehungsweise auf jeder timeline da ebenso eure corruption so auf 200 bekommt um die blessings besser zu fahren und fangt dann langsam an eure blessings aufzusetzen so wie ihr sie eben braucht ja aber eben priorisiert was wichtig ist wie zum beispiel halt defense stats oder offense stats wie zum beispiel armor shred frostbite und solche sachen eben ja und das war's dann auch schon vom video wenn das video euch gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da lassen aber da klingelt die glocke oder schaut auf meinem twitch kanal vorbei jetzt zum last epoch start da gibt es exklusiv last epoch twitch drops also das auf keinen fall verpassen twitch.tv slash vicious 619 würde mich sehr freuen wenn ich euch da wieder sehe ich bedanke mich fürs zusehen ich wünsche euch noch einen schönen gude und bis zum nächsten mal